Five Nights at Freddy's Official Teaser vor 16 Stunden hochgeladen. Das ist so insane, ne? Das ist so insane. Hallo? Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ah, das war schon. Nein, oder? Das war schon. Oh, das war schon. Oh, das sah aber gerade schon ein bisschen komisch aus. Hä, was soll denn das? Das ist mir gar nicht gefallen. Das ist so Saw-mäßig, Digga. Das gefällt mir gar nicht. Das war doch nie FNAF. Oder ist das der Mund von jemandem? Ja, ne? Das ist der Mund von Freddy, oder? Oder von irgendjemandem. Das ist auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ne? Auch das mit den fünf Kindern. Schon ganz nice, ne? Den fünf Kindern, dies, das. Das war schon vieles, was ich gar nicht verstanden habe. Kommen wir nochmal kurz an den Frame, wo er war. Also wo muss ich denn jetzt die Cam checken bei 4b, dass Freddy da bleibt? Also, es ist halt, ist auch nur ein Teaser, ne? Aber die Location sieht schon ultra cool aus, ne? Auch hier da anfangen. Man hat ja so lange gewartet auf einen Trailer, ne? Oder auf einen generellen Film von FNAF. Ja, hier waren die Cam... Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen hier. Ja, das war voll kurz hier, ne? Oh, das ist nice. Das sieht cool aus. Okay. Mit Freddy, Chica, Bonnie, wie die da chillen. Auch hier, ne? Die Cam ist links rechts und so. Aber wie willst du halt einen Film draus machen, ne? Das ist halt immer schon die Frage gewesen. Schon schwer. Auch hier ist alles so lila, ne? Vielleicht deswegen irgendwas? Wie ein Purple Guy, dies. Was ist das? Das sieht schon cool aus, ne? Ja, das sieht schon nice aus. Okay, schon nice. Okay, gut.